Als Zitat habe ich mir Folgendes ausgesucht. Der Systemkonflikt und die wachsende Spaltung der Welt und der Weltwirtschaft in zwei Sphären zwischen Demokratien und autokratischen Regimen auf der einen oder auf der anderen Seite sind ein starkes Argument dafür, die Europäische Union zu stärken. Warum habe ich mir dieses Zitat ausgesucht? Weil meiner Wahrnehmung nach im Moment Europa unsere beste Versicherung ist, dass es uns gelingt, nicht nur das zu schützen, was wir haben, nämlich liberale Demokratien, eine klare liberale Wertgrundlage, beispielsweise Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, sondern auch, dass Europa uns dabei helfen kann, gemeinsam eine positive Vision zu entwickeln für die Bürgerinnen und Bürger Europas, die liberalen Wertgrundsätzen entspricht und gleichzeitig Bestand haben kann in einer Welt, in der im Großmächte-Wettbewerb unsere Prinzipien immer mehr unter Druck haben. Spattende Musik Vielen Dank.